Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt, und die Faschisten haben verloren. Ja, ja gut. Okay. Dann schauen wir mal, was uns hier tatet. Nicht rum. Ich weiß es gerade nicht. Ah, ja genau, wir haben... Was zum... Was hat mich... Alter, Emu oder was? Schneidet's dich selber und wirst dann wirst du aus dem Karren. Karren. Und ich hab so das Gefühl, dass das eine Schleichmusik... äh, Schleichmusik? Bitte? Eine Schleichmission wird. Nehme ich mal meine supercoolen Messer, die... Neh. Warte, hat jemand geschossen. Warte auf, verdammte dieser Erde. Die Stücken... Ja, ist sehr gay. Oder so. Ne, ich glaub nicht, dass ich mich da durchballern muss. Das sind zu viele. Aber ihr wisst ja schon inzwischen, wie gut ich im Schleichen bin. Sie mecken es mich. Gut. Da kann man runter... Was ist denn mit der Schichtgenöse-Kommissar? Die Partei lehrt, dass nur kommunistische Doktrinen der Waren durch die Tunnel und Weisen... Kann ich da vorbeischneigen? Ja, das geht's. Schießt jemand. Aufhören! Okay. Ich geh einfach mal hier lang. Ich weiß es nicht. Komm mal. Geh einfach mal hier lang. Es kann ja nicht groß schaden, so ein bisschen. Okay. Okay, da wünschen wir uns manchmal nicht ein. Da nutzen wir Gelegenheiten und gehen weiter. Also, ich... Ich weiß jetzt wirklich, glaub ich, falsch. Ja, ich dachte es mir. Hey, wir haben gerade die Autos umgelassen. Habt ihr gehört, was gestern passiert ist? Oh, auf deinen Weg! Ah, da hab ich nicht. Tut mir leid. Haben sie ihn jetzt getötet, nicht? Ja. Ah, jetzt haben sie ihn getötet. Auch gut. Ja, dann muss ich aber lang, Leute. Könnt ihr doch nicht mal sich weggehen? Geht doch. Ach, gut, dass man die wieder aufsammeln kann. Kann man das Messer nicht wieder aufsammeln? Oh, oh. Fuck, ja. War ja irgendwie wieder klar, oder? Und noch schön nachladen, sodass jeder da irgendwie irgendwas davon hat, oder so. Wo kam der bitte her? Wo kam dieser kleine... Putz her. Ah, Mann, 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 Mann. Egal. Lenins Metro. So, jetzt haben Sie mich wahrscheinlich durch die Lichter kann sehen. Sehr, egal. Kennen den Weg, wir gehen und wieder. Dass die Tüchter wieder stehen. Selbst Marx hätte nicht von dir allein beleben. Ich nehme gleich den Blatt nach. Oh, mit Rotpunkt visieren. Ich kann mich nicht täuschen. Schauen wir mal aufs. Hier irgendwie tropfen. Okay, hier so. Okay, dann lege ich den erst gar nicht um. Ich war dann, weil wir bis zu fertig geredet haben. Kann nicht gehen, oder? Okay. Oder soll ich dir schießen? Ich weiß nicht. Weil das... Ich hab mir halt so vor. Könnt mal was probieren. Oh, oh. Oh, oh. Ja, haha. Der hat gar keine Waffe. Oh, oh. Ich glaub, sie haben mich schon gesehen. Ja. Ich glaub, ich kann schon vergessen. Ich glaub, wenn wir mich einmal gesehen haben, dann ist es vorbei. So und etwa. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja. Ja. Boah. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Mann, 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 Mann. Wie machen wir das? Wie machen wir das, Leute? Ach, schön! Ich liebe Schnellspeicherpunkte, weil die immer so gelegen kommen. Oh, die Waffe ist ja sexy. Aber die zieht so komisch nach oben. Wo war der? Boah, die gefällt mir, Leute. Alter. Ey, wie... Schlecht... Boah! Nie mal weglaufen, das Platz ist immer stinkenass. Der ist tot, oder? Okay. Okay, okay. Okay, okay. Die Monster-Mille ist sehr gut eingefuckt. Das ist ein Waffe. Ich krieg ein Geeks von dieser Waffe. Oder hätten wir noch eine? Komm! Alter, aber ich kann irgendwie mit dieser Waffe ziehen. Und das ist mal eine... Muni Nachtsicht gerät auch schüttel im Nachhinein um um war das gibt es nicht so wichtig ist hoffen bald diesmal das sind es besser zu ziehen okay fängt schon an da war noch drei oder so jeden fall wird da noch eine stirbt doch scheiße hinten waren mehrere wenn er macht sich gerät sehr schön okay jetzt kommt dieser kamikaze wieder und läuft einfach töten blöde ich konnte kekse fressen naja da hätte ich sogar jetzt lust drauf aber das muss jetzt gemacht werden ich erspart kann mich ziehen und versucht auch nicht zu schießen ich kann nicht treffen ok das kann ich was du sollst dieses scheiß granate anzünden werfen ich glaube das hat jetzt gar nichts gemacht was zum mehr steht jetzt irgendwas von schau unter dir nein ich bin nicht gestorben weil ich im geist in berührung gekommen wenn du voll der also ihr seht ich befinde mich in einer sehr scheiß position eine sergene position mehr warten kennt dass du da bist ich habe doch nicht unterfallen und nicht bitte was 8 ok Okay, der hat sich überlegt. Ich will da nicht runterfallen. Pui. Ich weiß auch gar nicht, wo diese Scheißkinder sind. Echt, das ist so gammelig. Boah. Ich kann hier nur raten. Und das bringt mir dann wahrscheinlich auch nichts mehr, ey. Hier falle ich auf jeden Fall runter. Wir sehen mal, dieser Kamikaze-Freak. Der tötet mich mit drei Schüssen, wenn sie treffen. Was der LED-Lichtsensor an dem Handgelenk zeigt, inwieweit sie beleuchtet werden. Versuchen Sie, die Schatten zu drücken. Die Türen sind so besser. Ach, das ist auch interessant zu wissen, aber... Gut, ist zwar unwichtig, oder? Was? So, Asha tot. Da oben ist also noch einer. Oh, fuck, um mich nur einer. Ja, geil, wie soll ich hier rauskommen, bitte? Okay. Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Naja, auf jeden Fall. Äh, bis... Dann... Ich hab keinen Bock mehr.